Zurückbleiben, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR S1 nach Onau 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 S4 nach Onau S1 nach Onau S1 nach Onau S1 nach Onau F1 Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 2 Linie 9. Nächste Station, Saathorst steht letztendlich, Übergang zu 3 Linie 9. Stuttgart Wir suchen im Live-Mitte. Wir suchen im Live-Mitte. Ich will mich sehr darauf befreuen. Danke, Herr Siegler. Hat jemand von Ihnen vielleicht ein paar Cent? Ich fühle mich seit dessen. Norddeutscher Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 Zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Schöneberg, Rübergang zu den S-Wahnliegen. 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 Wir wurden vor dem Poliziersplatz sagen, wir vereinbaren, dass jede neue Zeit in der Heizung funktioniert. Und jetzt gibt es halt noch mal einen Glicks. Ich hoffe, ich habe eine geile Formulierung, wenn die Heizung gut aus einer neuen Art Heizung geht. Ja, wie geht das denn? Das ist so ein Topf. Die Sonne daran ist so ein Bade, die das so richtig läuft. Die Sonne daran ist so ein Bade. Der S1, der Vornau. Der S1, zurückbleiben bitte. Was ich sagen muss, in dem Buch. Die Nabe springen vom Tier. Der S1, der hier kann man mit uns bei so einem Dumpf. Ich buch nochmal. In der Arbeitskriegung. Also die Wohnung. Genau, und zwar gibt es noch ein extra neuer Ort. Ich habe Flächen ausgeschrieben. Ja. Ich habe die ehemaligen Fliegerbohrste. Ja. Ich habe das da so mit Boden. Also das sind schon teilweise Kunden. Und das sind die Vorreiter. Und die überlegen sich das jetzt mal die Rezepte. Und der ist jetzt so ein Rezept. Was in der eigentlichen Vorbereitschaften. Ja, und dann wird die Kaffee reingefahren. Ja, und dann wird die Stad verkauft. Ja, und dann wird die Stad verkauft als Dix. Ja, und dann wird die Stad verkauft. Ja, das ist nicht so groß an sein. Ja, das ist auch so groß an sein. Ja, das ist heute nicht auch, aber wir können es nochmal sehen. Die Idee ist halt, dass man die Stadkurschmeckung ausbauen hat. Wir müssen schon oben die Häuser verteidigen. Und hier? Erstmal unter dem beschrieben Baupunkt. Ja, was anderes. Das ist das Baupunkt. Das ist das Baupunkt. Und wir sollen die nächste Baupunkt anfinden. Dann können wir einen Patienten erwerben. Dann können wir sie ein. 5 oder 6. Dann können wir sie ein. Also ich bin da lieber dabei. Dann kann ich also manchmal zum Tag sein. Und dann auch so. Und dann auch so. Und alle sollen irgendwie. Ja, aber es stehen etwas mehr. Aber es ist sehr. Aber es ist sehr. Aber es ist sehr. Und dann soll es heute. Und dann soll es heute. Jetzt. Und wir können sagen. Man baut sich gemeinsam. Und man geht hier. Ja. Genau. Und dann soll es jetzt. Die Bahnleiterbahn. Und dann können wir ja. Es war nicht mehr. Das war nicht. Und dann sagt man. weil wir die Vorteile da sind jetzt eben sowas wie. Nicht jeder muss in eigen сделать. Herzchlauber. Keine Flö чаще很好. Und dann eben sowas wie. Du weißt in der動 sauce. Das ist gut, das ist gut. Und wenn wir die schlafen. Und wenn dann die links auch so vielleicht nicht mehr sind. Dann kann man halt anderen Verträge mit dem. Bauschläge Also nicht zu jeweilerem Zeitpunkt, aber was Jahr betrachtet, sollte auch mehr produziert werden, dass wir brauchen. Und das macht es dann auch ziemlich feuer, also den Bau. Aber super große Konstrukte, da haben wir zum Beispiel eine Solare-Lasi-Links oder so. Was hat man denn dann, also eine Art Subvention? Die Stadt, genau, die will, also erstmal stellt sich diese Flächen vor. Und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig bescheuert, weil die Saaten halten. Also ich habe selber die Vor- und Klein-Subventionen, die dürfen diese Flächen, und ich bin mit dem Markt abverkauft und dann gibt es ein paar Bedachten, wo wir dann, dass es uns so viel hält. Das müssen wir dann genau fahren. Und, äh, die Stadt, man aber nur gesagt, aber dieses Bausen, das ist für uns, und es heißt, der Spahn ist, die wird dann aber selber reingefahren. Riechster, Herr, dann ist es jetzt so. Aber da ist es, wir hatten ja ganz die Mehrwertung, wo man nicht hier, wo man hier, wo man hier, wo man sich regional verрядnt hat. Dann ist es ein genauer Anblick auf die Fußgänger. Also ich denke, dass das was wir sehen können. Hier ist ja das Baunern, aber auf dem Boden ist das gar nicht. Da ist die Möglichkeit, hier muss man das selbst zunimmt. Da ist man eben unbeschätzten Preis, denn da ist das schon der große Vorteil. Das ist ja okay, das ist unser Pilot, das ist das Wahnsinn, das ist bestanden. Das muss dann bloß sein. So, das ist jetzt für mich voll abhängig. Ich glaube, ich hätte die Alternative, wenn man sowas drauf macht. Und wir waren auf dem Wagen, die woanders in der Welt gekommen sind. Wie hätte ich die Gegend geworden? Ja, aber das ist das Wohle, dass da nicht mehr. Also, weil man kommt da dann gemeinsam erstmal an. Das heißt, da gibt es wohl keine Fettigstruktur. Wie hat man sich vor Jahren gelten? Ich habe so viele Bereiche, die da waren. Die Stadt, wie das sieht das so an, die da bringt die Leute auch wieder so zusammen. Das hat sie auch wieder. Und dann ist es halt, dass wir weiter auf dem Motto verstanden haben. Aber ich frage, ja wie soll ich denn diese Baugruppen finden? Der Typ hat dann so einen Witz gemacht und meinte, ja, dann musst du das schon eben selber machen. Achso, wir spielen jetzt hier nicht Tinder für Baugruppen. S1 nach Kronau. S1 zurückbleiben bitte. S1. Glockenläuten Norddeutscher Rundfunk 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 Rundfunk Das ist so gut. Ich denke, ich habe ganz viel Zeit. Das ist so gut. 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 Norddeutscher Rundfunk 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ausstieg links ZDF, 2020 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 Schleswig-Holstein 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 Steckstraße Wachsteg links S1 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 Nächste Station Schönholz Übergang zur S1 Linie 5.020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Station, Detenau, Übergang zur Barriere Aachen. Jürgen Sie den Berg, Sie stehen auf dem Berg, Sie stehen auf dem Berg, Sie stehen auf dem Berg. Er ist hier in der Berg, Sie stehen auf dem Berg. Leaks S1 nach Thronau S1 zurückbleiben bitte ELECAM S1 S5 S7 S3 S1 S1 Ja. Nächste Station, Weibholzlust. Aufstehen, links. Nächste Station, Weibholzlust. 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 Vielen Dank.